Und als Mannschaft eben nicht so erfolgreich gewesen, wie vielleicht erhofft. Schöne Bewegung, Samar. Kieren können mit dem Bremding oder eben den Ball laufen lassen können. Und Bobo, jetzt mit seinem Pick'n'Roll wieder Samar und das sieht sehr gut. Jetzt haben wir hier so eine Situation, diese Job. Aber die Hamburger, wenn sie keine Fehler machen, sind natürlich weiterhin mehr als gut im Rennen. Boah, schöner Pass durch die Beine. Getunnels und ist gut, aber vielleicht auch sehen, wenn er noch mit sich auf dem Feld hat und vielleicht der Besserbe Schütze dann doch in dem Fall ist. Das dauert etliche Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate, bis das in dem Team auch sitzt. Aber mit den ersten Wechseln. Nils Morgens Fouls hebt sich wahrscheinlich auf und deswegen geht es weiter mit Ballbesitz Hamburg. Und ein schöner Ablesen. Ja, vor allem von seinem Tempo. Also er ist für die jungen Jahre im Endeffekt schon, auch wenn man sich sein Halterheit des Videos anschaut, ein sehr besonnener... Und der Kader ist so tief, dass man ihn und Johannes Thiemann noch ein paar Tage Ruhe gibt. Nächstes Refrain.